hallo und herzlich willkommen ihr fantastische menschen zu einer weiteren folge retro panda blättert es freut mich dass ihr wieder dabei seid und heute haben wir eine relativ frühe ausgabe und zwar vom august 92 titelthema ist 16 bit power die heißesten games für super nintendo ja der super nintendo erscheint bald ja da muss ein kleines vorwort machen und zwar aus dem jahrgang 92 habe ich bei einer ebay auktion relativ günstig fünf ausgaben gekauft die erschienen sind ich glaube das waren alle ich bin mir gerade nicht unbedingt sicher ich habe die relativ günstig bekommen also fünf magazine für knapp 20 euro habe ich knapp bezahlt ist denke ich mal ein sehr guter preis eigentlich was ich halt leider nur später gesehen habe ist ihr seht der vorbesitzer hat die zum aufbewahren gelocht und ja gut das heißt wir werden in den nächsten ausgaben auf jeden fall immer bei den magazin diese löcher da haben aber ich mein gott es gibt schlimmeres und für den preis passt das natürlich und aber so zum durchblättern und zum nostalgie schwellen reicht das ja auf jeden fall also würde ich sagen ja das magazin denke mal super nintendo denke mal andere spiele werden das nicht sagen das wird denke mal so eine art sonderausgabe sein was ist aber eigentlich eine reguläre ausgabe ist wenn ihr versteht was ich meine aber lange genug davor rede schauen wir einfach mal rein ja wie man sieht es ist ein super nintendo special auf jeden fall ja das club nintendo redaktion ein starkes team in groß ostheim da sind sie alle und inhalt das super nintendo special allgemein kommt mir die ausgabe aber relativ dünn vor das ist natürlich jetzt durch diese durch diese kamera sehr schlecht zu sehen aber es fühlt sich nicht sehr dick an aber ich würde sagen wir steigen gleich rein auch hier natürlich die leserbriefe und auch guckt euch mal an ist das nicht ein herrlicher kuchen ja das magazin fällt etwas auseinander man merkt es ist von 92 guckt euch mal diesen wunderbaren super mario kuchen an mensch herrlich auch hier die zeichnung also ich konnte als kind bei weitem nicht so gut zeichnen auf jeden fall aber auch hier mal wieder das bild hier in der mitte das ist natürlich pure 90er acht herrlich dass sich wer seinen eigenen kalender gebastelt ja so kreativ war ich den leider auch nicht weil ich leider nicht zeichentechnisch begabt bin aber naja ja stellen wir gleich ein super mario world war natürlich der große kracher gleich zum erscheinen von super nintendo hier wird noch mal alles schön dargestellt und wie immer ich weiß ich wiederhole mich ich finde einfach diesen herrlichen zeichenstil dieser frühen 90er in den super den club nintendo magazin und so weiter werbeanzeigen das heißt so einen ganz eigenen zeichenstil so ein bisschen knuddelig aber sehr farbenfroh und alles finde ich immer noch herrlich also wunderbar das ist einfach nostalgie pur das würde man heutzutage irgendwie anders zeichnen aber ich fände schön feder schlüssel zum öffnen sturzflug auf die gegner ja ja das das habe ich nie so ganz hinbekommen muss ich sagen ich weiß auch nicht wieso der drehsprung ist natürlich alles klar ich glaube ich muss zu dem spiel nicht mehr groß sagen oder also wer von euch den das nicht gespielt hat es tut mir leid aber es ist eines der must have und must play für den super nintendo eines der besten plattformen auf jeden fall und das gleich zu start also das kann wirklich nur nintendo immer das gleich bei den launch titeln so eine super qualität da ist wo sich manche dritthersteller ja immer so erst nach drei jahre nach rantasten müssen man sagt ja nicht umsonst bei jeder relativ neuen konsole sind die ersten titel meister so ah naja da müssen die entwickler ja immer noch ein bisschen gucken wie die technik ist wie gestalten sie am besten die grafik die die spiele am ende eines lebenszyklus einer konsole sind meistens oder eigentlich immer wirklich wesentlich besser sehen besser aus sind verfeinert und so weiter weil die hat die erfahrung gesammelt haben und gut klar die nintendo hat es selber entwickelt dass wir konnten sie gleich von vornherein abschätzen was man alles rausholen kann und so weiter aber herrlich und auch hier natürlich die insel die ist wirklich bei jedem eingebrannt muss ja gucken noch eine seite das war das war wirklich super dass da daran kann ich mich erinnern dass ich bei diesem bosskampf das ist ja eine super mario world ja nicht als kind aber ein kumpel gesehen und ich fand das super faszinierend weil das ist ja auf so einer auf so so ein halbkreis insel quasi die in der lava schwimmt und je nachdem ob man da links oder rechts ist bewegt die sich hat nach links und rechts und das fand ich super super faszinierend irgendwie damals dass sie das so dynamisch bewegt und auch entsprechend skaliert ich schätze mal wird auch der mode 7 effekt zum einsatz gekommen sein aber das fand ich echt super oder auch hier dieses ich halte es mal ein bisschen rein ich weiß nicht je nachdem ob es auf auf dem smartphone guckt und so weiter ich halte es mal ein bisschen länger rein da hat es mit diesem gitter dass man quasi auch hinter dem gitter agieren konnte das ist das ist merkbar trotzdem dass es 2d ist verschiedene ebenen gab das war wow also wirklich das war wirklich sprung von 8 bis zu 16 mit war gefühlt wirklich ein riesen satz und das hat man sogar als kind gut feststellen können ja natürlich ein selder link to the past das habe ich allerdings als kind gehabt und habe es geliebt ich habe es damals aber nie durchgespielt weil ich bin dann irgendwann in der dunklen welt irgendwie war dann schon drei oder vier keine ahnung kam ich mir nicht weiter und dann kamen immer andere spiele ihr kennt es ne und dann spielt man eine zeitlange ein spiel nicht und dann kommt man da irgendwie so ein bisschen raus und so weiter aber herrlich also das ist für mich das zweitbeste selder spiel was es überhaupt gibt ihr kennt ja meinen favoriten nummer eins dann eröffne ich euch ja fast jedes video mit wie fantastisch das ich das spiel finde aber das ist ebenso super das hat auch noch mal so also wirklich diese start line up was was nintendo ich glaube selder ist ist nicht komplett zum zum erscheinungsdatum erschienen sondern ein bisschen später aber sagen wir mal in diesem anfangszeitraum was da an spielen rausgehauen wurde das ist wow da muss man wirklich hut ab von nintendo da haben sie wirklich für jeden was dabei und jedes einzelne spiel hat wirklich volle power gezeigt und ja legend of selder wunderbar also auch dafür wie super mario wird dass es so ein frühes spiel ist und trotzdem so viel aus dem system rausholt aber hier das meine ich ja mit den ganzen zeichnungen und so weiter diesen dieser zeichen stil ach ich finde einfach herrlich ja das schmetterlingsnetz das war glaube ich so eher optional glaube ich als item zum beispiel das war auch zum beispiel fantastisch dass es dass es items gab die die man optional haben konnte um sich halt bestimmte vorteile oder so kleinere sidequests und sowas zu zu erledigen aber nicht unbedingt nötig waren das heißt man kann eigentlich durch das spiel durchgehen und hat sowas gar nicht irgendwie nie benutzt zumindest glaube ich theoretisch weiß gar nicht ob es da wirklich irgendwo vielleicht doch noch eine aktion gab aber ist egal diese medaillons die haben mich genervt als sie das jetzt vor zwei drei jahren nochmal durchgespielt habe weil ich finde die das dass man diese medaillons braucht um weiter zu kommen die sind ja teilweise wirklich komplett frei in der welt irgendwo dass man die findet da muss man erst mal kommen und das finde ich so zum schluss hinein da finde ich ja links awakening besser weil das linearer ist da weiß man halt immer was man tun muss und hier ist es wirklich so naja hier und da deswegen ist es für mich nur das zweitbestes aber es ist natürlich muss ich auch da nicht viel zu sagen super a type ja shoot them ups sollte natürlich auch bedient werden jetzt kommen wir mal zu einem nicht nintendo spiel auf jeden fall habe ich damals nicht gespielt aber die a type serie ist mir so aus prinzip sympathisch weil ich nämlich a type auf den gameboy damals hatte und natürlich hoch und runter gespielt habe ich bin überhaupt nicht gut was shoot them ups angeht deswegen weiß kann ich jetzt auch gar nicht ganz 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 genau sagen was jetzt super a type jetzt komplett irgendwie abhebt und was nicht es ist schön zu spielen aber wie das jetzt in der serie an sich zu verorten ist das kann ich leider überhaupt nicht sagen aber auch da zeigt es wieder die power des systems aber da merkte man natürlich schon diese diese dritthersteller geschichte und zwar gibt es da natürlich so einige slowdowns auf jeden fall also hier auch wirklich die effekte und so weiter man muss das wirklich aus den augen eines nes gewöhnten kindes sehen dieses magazin das ist das hier die wahre fundgrube ich weiß gar nicht ob ich das magazin damals hatte oder nicht aber ich hätte hier glaube ich wirklich jeden einzelnen screenshot komplett aufgesaugt so herrlich ja super car sylvania auch hier super tip top auch hier ist natürlich mit der peitsche dass das so eine art upgrade dass man die peitsche so so frei schwingen kann ihr wisst was ich meine ist natürlich hier auch super also hier in diesem magazin haben sie bisher wirklich nur spitzentitel also das ist wirklich die reinste werbe werbemagazin für 16 meter also ich glaube wirklich wer dieses magazin sich damals geholt hat und sich nur überlegt hat an super nintendo sich zu holen wurde hiermit auf jeden fall überzeugt aber hier peitsche als nunchaku haben sie es genannt ja wunderbares spiel herrliche musik die wirklich gänsehaut macht ach hier wird nochmal kurz die vorgänger quasi beschrieben ist natürlich auch nicht schlecht und auch hier genau hier sieht man das mit dem zaun fand ich auch hier damals auch das habe ich damals nicht gespielt habe ich ja beim test nachgeholt diese zwei ebenen finde ich klasse ich habe das spiel sogar in ovp nur fehlt mir leider die anleitung dazu ist auch nicht ganz billig als ovp aber ich hatte da einen ganz guten deal mal geschafft ja wunderbar ich weiß nicht herrlich auch hier haben sie da diesen mode 7 effekt benutzt um dann quasi auch die räume teilweise zu drehen das war wirklich dass das die level und die räume an sich auch noch interaktiv waren also über von wegen irgendwelche blöcke kaputt machen hinaus ach herrlich ach die tipps und tricks seiten haben sie ach guck mal ja ja also die lösung zu dem terminator 2 problem herrlich also die lösung hätte ich damals echt gebraucht ich habe da ja das war eines meiner ersten test videos da habe ich das auch schon mal angesprochen dass das sehr zweifelhaft ist und nicht sehr einfach lesbar ist und zwar wer es nicht kennt das spiel das spiel kann sehr sehr frustrierend sein war ja gleich im ersten level das ist relativ lang gestreckt und dann gibt es verschiedene hohe türme und die muss man in einer bestimmten reihenfolge quasi kaputt schießen und das wird einem quasi wenn denn überhaupt nur sehr kryptisch im spiel gesagt deswegen ist der tipp natürlich echt super weil sonst als kind bin ich da immer und immer wieder gescheitert ich glaube irgendwann kam ich mal in dieses motorrad fahrlevel was in level 2 war aber auch nur durch glück wenn ich weiß wenn ich das richtig im kopf habe aber als kind hat man das ja immer und immer und immer wieder gespielt und irgendwann habe ich wahrscheinlich durch zufall die türme in der richtigen reihenfolge erledigt keine ahnung sind wir hier schon in der mitte soviel zum thema ist glaube ich echt ein kurzes magazin hier f-zero poster herrlich ich weiß nicht warum aber diese gesichter hier also die beiden zumindest die haben sich bei mir in das gedächtnis eingebrannt ich meine das ist weil ich weiß nicht ich denke mal da kommen wir gleich noch zu aber das war ja das spiel um diesen mode 7 effekt zu demonstrieren noch vor super mario kart und ähnliches ach schade dass hier die löcher drin sind das hätte man sich cool auch als poster aufhängen können aber auch hier das ist irgendwie nicht so hochglanz gezeichnet das ist so ganz normal gezeichnet das ist irgendwie herrlich herrlich aber ich weiß nicht irgendwie diese beiden köpfe haben sich bei mir eingebrannt ich weiß gar nicht wieso ach da haben wir es ja auch gleich f-zero ist natürlich ein super super schönes und auch solides rennspiel hat ein super geschwindigkeitsgefühl natürlich passt ja auch zu dem spiel das soll ja in der zukunft spielen wo man quasi so mit ja schwebeautos also die können nicht frei fliegen sondern ja so die hovern so etwas über über die über die straße und die sollten natürlich auch 400 km h und so weiter fahren und die einzelnen charaktere haben natürlich auch einzelne autos ich nenne es mal autos einfach und die haben natürlich auch entsprechende Vor- und Nachteile wenn ich das richtig im Kopf habe ja hier sieht man es natürlich nur so wurde durch diese Mode 7 Skalierungsmöglichkeiten konnte man halt diese Strecken halt entsprechend darstellen ja und auch der ganze Stil und so weiter ich glaube auf Nintendo 64 gab es noch einen F-zero oder eigentlich müssten die doch mal dann finde ich mal einen Teil davon machen die Serie haben sie irgendwie viel zu früh haben sie die ja einfach so liegen lassen die verschiedene Strecken mit Sprüngen und so weiter sehr schön oh Paperboy 2 ha also sagen wir es mal so wenn ich jetzt die Power von dem neuen 16-Bit-System zeigen wollen würde da würden mir andere Spiele einfallen die das besser zeigen sollen aber naja gut die Auswahl war wahrscheinlich nicht hoch Paperboy 2 hat die auf den Gameboy hoch und runter gespielt aber naja also grafisch da ich halte das hier mal so ein bisschen näher ran dass ihr mal ein bisschen Screenshots besser sehen könnt muss man mit dem Licht aufpassen nicht dass das zu dunkel wird ich hoffe ich sehe das richtig hier im kleinen Vorschau-Display also von der Grafik her sieht es sehr sehr dem Gameboy ähnlich wobei der Gameboy wird wahrscheinlich auch nur im Port sein und das ist eigentlich ein schlechtes Zeichen für die Super Nintendo Version weil die müsste die eigentlich wesentlich mehr können ja Paperboy 2 ich habe nie verstanden warum diese Serie so beliebt ist und so bekannt ist das war ein früher Arcade-Automat wo man halt ja einen Zeitungsjungen so einen typischen amerikanischen auf dem Fahrrad spielt der dann halt Zeitung austrägt und wirft ich weiß nicht also ich habe das Modul als Kind gehabt ich weiß nicht ob ich mir das gewünscht habe und einfach geschenkt bekommen habe ich tippe mal auf Letzteres da man eigentlich als Kind sich andere Sachen gewünscht hat aber na gut man muss ja auch die Eltern verstehen die hatten keine Ahnung was was ist und haben bei den Spielen wahrscheinlich keine Ahnung zum Geburtstag Weihnachtsgeschenk mal sich beraten lassen und dann ach ja Zeitung austragen ja das ist nicht zu brutal da kann man nichts mit falsch machen kriegt er irgendwie sowas wird das sein ha wunderschönes Comic das wurde ja schon auf vertitelte Seite auch komischerweise angekündigt wie immer ich halt die Flossen weg dass ihr euch das mal genauer anschauen könnt jetzt habt ihr zu Ende pausiert und jetzt gucken wir mal die Tipps und Tricks Ecke das Magazin ist wirklich ziemlich dünn und es ist ja nicht so dass jetzt irgendwelche Seiten fehlen würden oder sowas ich guck gerade ja wird das Video auf jeden Fall kürzer als gewohnt Bill & Ted's Excellent Game Boy Adventure das soll scheiße sein Star Wars, NES, Super Mario Boss 3 der Emanuel Megaman Dr. Bydys Rache mein erstes Megaman Spiel auf jeden Fall ja Fortress of 4 wunderbares Spiel mal gucken was der Test ist äh der Tipp ist wenn ihr in den Raum seid an dem am Ende My Kill auf euch wartet erspielt ihr eine Schatztruhe über euch doch was tun wenn man keinen Schlüssel hat springt einfach von der beweglichen Plattform auf die erste und dann auf die zweite Säule dort bekommt ihr einen Schlüssel der vorher nicht zu sehen war mit diesem Schlüssel erhaltet ihr aus der Truhe Shield of Protection mit dem ihr nun bessere Chancen habt im Kampf gegen Malakil wisst ihr Bescheid Photos of 4 Pilotwings jaaaa das hatte ich als Kind ach da finde ich immer noch die Musik die ist so super schillig ich weiß nicht ich finde das auch das soll natürlich zeigen was dieser Mode 7 Effekt alles erreichen kann finde ich herrlich ich weiß auch nicht warum das ist halt so ein ganz anderes eigenes Spielprinzip irgendwie aber es ist so super zum entspannen durch diese entspannte Musik und so weiter ach ich habe das wirklich als Kind sehr sehr ausdauernd gespielt obwohl es eigentlich nicht so unbedingt mein Spiel hätte sein dürfen sagen wir es mal so man wollte natürlich eher so Ballerspieler haben und Plattformer und hier nicht irgendwie in einem Doppeldecker irgendwelche Ringe durchfliegen aber finde ich echt schön finde ich echt schön ich glaube auch auf der auf dem Nintendo 64 gab es noch einen Titel und auf der Wii ich weiß es gar nicht aber na gut das ist natürlich auch denke ich mal so vom Spielprinzip her könnte ich mir da keine moderne Version irgendwie großartig vorstellen weil aus der heutigen Sicht wäre es glaube ich langweilig weil grafikmäßig da hat man schon so gut wie alles gesehen da muss man jetzt nichts mehr demonstrieren aber finde ich herrlich ach ja Drachenfliegen mal mit diesen Aufwinden und so weiter boah ich habe da stundenlang probiert also durchgespielt hatte ich es auch nicht ich fand es auch interessant dass es da diese Kampfhubschrauber Missionen gibt aber ach ich weiß nicht geht es euch auch so dass ihr auch so Spiele habt die ihr einfach so als entspannt im Kopf habt schon so als Kind irgendwie herrlich wunderbar sehr schön Super Tennis ja ist Tennis habe ich auch schon vor Ur-Uhr-Uhr-Uhrzeiten Test zugemacht ist ein Tennisspiel ich bin schlecht in Tennisspielen aber na gut zum Start des Super Nintendos muss es natürlich auch ein Tennis und ein Fußballspiel geben ist klar damit die Sportspiele begeistert und zufrieden sind Super Soccer habe ich nie großartig reingespielt wobei ich ja auch jetzt bei Fußballspielen jetzt nicht so der große Freund bin muss ich natürlich auch sagen ich bin da also das einzige Fußballspiel was ich sehr sehr gerne gespielt habe ist Nintendo World Cup und zwar war das ja quasi nicht so dass sie den Sport so gesehen nicht so ernst nimmt man kann die Gegner umholzen ohne Ende irgendwann bleiben sie sogar liegen und so weiter da habe ich immer ein bisschen mehr Spaß dran als diese Fußball Simulation auf jeden Fall was haben wir hier WWF Super WrestleMania ja cool das habe ich auch noch nie gespielt obwohl ich WWF Superstars 1 und 2 auf dem Gameboy hoch und runter gespielt habe ich weiß von euch gibt es viele viele Anhänger vom Wrestlesport ja gut damals kannte man natürlich alle Namen aber ich habe ehrlich gesagt noch nie ein Wrestling Match von damals oder so gesehen aber man irgendwie man kannte einfach die Namen und hatte seine Lieblingskämpfer und sowas seltsamerweise aber ich habe irgendwie bei Wrestling nie den Zugang dazu gefunden ich weiß auch nicht wieso muss ich vielleicht irgendwann mal machen aber es ist auch gar nicht so schwer da rein zu finden finde ich tja das war es schon wie gesagt es ist ein 51 Seiten sehr sehr kleines Magazin Top 10 ist natürlich nur NES und Gameboy ist klar das Super Nintendo war da ja noch nicht erschienen das sollte ja wie gesagt heiß machen ich schätze mal die nächste Ausgabe wird dann wirklich der Launch des Super Nintendos sein ja aber guck mal Leser Profis ich glaube irgendwer hatte mal in den Kommentaren gefragt was Unterschied zwischen Leser und Profis ist soweit ich weiß ist diese Profispalte bedeutet dass das die Magazinredakteure oder Mitarbeiter von Nintendo halt entschieden haben denke ich mal Super Mario Bros 3 ja wundert nicht Zelda wundert auch nicht Adventure of Link ja kann man machen Chip and Chap Little Nemo Super Mario Bros Chip and Chap Battle of Olympus Ducktales ja sieht gut aus Gameboy schau mal Gargoyles Quest also Platz 1 Super Mario Land ist klar Tetris Gargoyles Quest Tetris Megaman Meinen sie da Dr. Whiteys Rache wahrscheinlich F1 Race dass dieses Rescue of Princess Blombett überall so gut abschneidet ich versteh es nicht ich versteh Oh Gott Bart Simpsons Escape from Camp Deadly auf Platz 10 quasi auf der fast selben Stufe wie The Fall of the Foot Clan Freunde Leser ich glaube da war wirklich die Auswahl war halt noch nicht so groß und der Simpsons Hype keine Ahnung anders kann ich es mir ehrlich gesagt nicht erklären ja wunderbar und auch hier zum Schluss zeigen sie nochmal die drei Systeme die man quasi machen kann ja hier herrlich ne noch vierstellige Postleitzahl Wunderbar ich würde sagen ein schönes Heft was wirklich ja heiß auf der Super Nintendo macht würde ich sagen ich danke euch dass ihr heute wieder reingeschaltet habt und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag egal was ihr noch vorhabt macht's gut ihr fantastischen Leute Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Uuuuuh!